Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus Spektrumstörung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Und ich sage herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid bei einer weiteren Folge Autismus Kompakt und heute reden wir über nonverbale Kommunikation. Ja, der sagt man ja nach, dass sie so grundsätzlich tatsächlich auch den ganz, 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 ganz starken Großteil der Kommunikation von Menschen ausmacht und dementsprechend hat sie natürlich auch eine gewisse Relevanz, die wir nicht unterschätzen dürfen. Ja, wir drücken uns ja verbal in alle möglichen Richtungen aus und das können wir ja auf die verschiedensten Arten und Weisen tun. Aber natürlich gibt es hier auch die Unterschiede zum Beispiel im Bereich der Sprachen. Also es ist sehr davon abhängig, in welchem Land wir zum Beispiel geboren, aufgewachsen sind. Und dann besteht natürlich immer die Möglichkeit, nochmal ein, zwei Sprachen dazu zu lernen. Aber grundsätzlich sind wir dann in der verbalen Sprache schon alle sehr, sehr unterschiedlich, muss man dazu ganz klar sagen. Und das ist in der nonverbalen Kommunikation, also in der Körpersprache in der Regel nicht so der Fall, sondern da sind wir uns ziemlich ähnlich. Und auch Gestik und Mimik ist ziemlich übergreifend und ähnelt sich auf vielen Kontinenten doch sehr. Also ist dies eigentlich die Art und Weise oder der Weg, mit dem wir oder über den wir noch ein bisschen besser einander verstehen können, als über die funktionale oder verbale Sprache. So, und woraus besteht denn so eine nonverbale Kommunikation? In erster Linie gibt es hier zwei ganz große wichtige Punkte oder Bereiche, nämlich die Mimik und die Gestik. Und die Gestik ist halt das, was wir so mit den Händen ausdrücken und welche Gebärden wir zum Beispiel einsetzen. Da gibt es ja auch die verschiedensten Möglichkeiten. Es gibt sehr professionelle Gebärdensprachen zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch so ganz verallgemeinerte Zeichen, die eigentlich auch jeder kennt. Auf der anderen Seite sagt die Mimik natürlich sehr, sehr viel aus, über zum Beispiel ja auch unsere Gefühlsregung, unsere Zustände, unsere emotionalen Stimmungen. Und da können wir ganz oft am Gesicht ablesen, wie eine Person gerade so gelaunt ist. Und das hängt damit zusammen, dass wir ja so Universalausdrücke haben, die tatsächlich bei allen Menschen auf der Welt, egal mit welchem kulturellen Hintergrund, gleich sind. Das heißt, ein ängstlicher Mensch sieht auf jedem Kontinent, in jedem Land, auf der Welt, was die Mimik angeht, so ziemlich gleich aus. Und dementsprechend können wir uns auf die nonverbale Sprache und vor allen Dingen auf die Mimik tatsächlich sehr gut intuitiv verlassen. So, bei autistischen Menschen, da ist es oft ein bisschen anders. Und da gibt es Auffälligkeiten, die auch ganz klare Gründe haben und welche das so sein könnten, habe ich jetzt einmal zusammengeführt. Also, wir starten mal ganz einfach damit, dass wir ja wissen mittlerweile, das habe ich euch ja in Videos und auch schon in anderen Podcast-Folgen erzählt, dass autistische Menschen und auch viele andere Menschen, die neurodivers sind, spezielle Empathieleistungen erbringen, die sehr unterschiedlich sind. Und ganz wichtige ausschlaggebende Faktoren sind hier die sogenannten Spiegelneuronen. Und diese spiegeln ja so Sachen wie Potenziale von anderen Gehirnen und Dinge, die wir beobachten. Und wir können sofort uns einstellen auf das Gegenüber und wir können den Gemütszustand durch Blickkontakt zum Beispiel ganz gut dann auch aufnehmen und verarbeiten. Ja, und hier berichten viele autistische Menschen, dass sie aus irgendeinem Grund Gesichter gar nicht so gut erkennen. Das heißt, da wird mir alles Mögliche berichtet von betroffenen Menschen. Da habe ich von autistischen Menschen schon alles in alle Richtungen gehört, wie zum Beispiel wird gesagt, ja, ich erkenne da irgendwie ja nur so ein graues Feld oder irgendwie habe ich das Gefühl, dass so Nasen und Augen, dass das alles merkwürdig angeordnet ist und ich kann das gar nicht so richtig lokalisieren. Und die Augen grundsätzlich kann ich eh nicht so gut erkennen. Das sind ja auch so ganz klassische Problemchen, die im Alltag dann so manchmal für Irritation sorgen. So, und hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Grundsätzlich geht man davon aus, dass eine Möglichkeit wäre, dass die Spiegelneuronen da in geringerer Anzahl vorhanden sind im Gehirn. Und dementsprechend kann das dazu führen, dass man halt so Gesichtsausdrücke und sowas gar nicht so richtig deuten kann. Es gibt allerdings auch sowas wie Gesichtsblindheit. Das nennt sich Prosobagnosie. Und das bezeichnet dann, dass Menschen so gut wie gar nicht dazu in der Lage sind, Gesichter zu erkennen. Also auch keine Vergleiche anstellen können und Menschen vor allen Dingen auch nicht wiedererkennen. So, und eine ganz klassische Spiegelneuronenaktivität wäre, wenn ein Mensch einen anderen anlächelt und der lächelt automatisch zurück im gleichen Moment, ohne sich da großartig Gedanken zu machen. Das ist eine Empathieleistung und die fällt neurotypischen Menschen überhaupt gar nicht schwer in der Regel, sondern die gleichen sich sofort an auf ihr Gegenüber und können auch kleinste Ausdrücke und Veränderungen im Gesicht gut erkennen. Und die dann auch nachmachen und sich darauf einstellen, um vielleicht zum Beispiel die Kommunikation zu verbessern. Genau, und wenn das nicht der Fall ist, also zum Beispiel bei autistischen Menschen, dann reagieren die oft nicht mit einem Lächeln, das zurückkommt oder mit einer Augenbraue, die ähnlich hochgezogen wird wie beim Gegenüber. Und dadurch werden dann relativ schnell Situationen entstehen, in denen neurotypische Menschen sehr irritiert sind. Und das ist oft der Grund, warum zum Beispiel manchmal Menschen mit Asperger von neurotypischen Menschen als arrogant wahrgenommen werden, weil sie halt ausdruckslos gucken und sich nicht wirklich auf die Gesichter anderer Menschen einstellen. Ja, und dementsprechend wirken sie dann für neurotypische Menschen oft desinteressiert. Und das ist ja oft gar nicht wirklich der Fall, sondern es hängt einfach damit zusammen, wie die Person in der Lage ist, auf Grundlage ihrer Mimik zu spiegeln. Und eine andere Möglichkeit ist natürlich die Gestik. Und auch hier wirkt die Gestik oft inkonkurrent. Das bedeutet, sie passt nicht mit dem eigentlichen Gemütszustand zusammen. Und manchmal sehen so Gestiken so aus, als wären die sehr unwillkürlich, also Bewegungen mit den Händen, Armen oder so. Und das könnte damit zusammenhängen. Und das ist jetzt eine Hypothese. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die dafür zuständig sind. Und meine, die ich jetzt einmal nennen möchte, wäre, dass wir ja wissen, und das kennt ihr ja auch aus der letzten Podcast-Folge, dass es Besonderheiten in der Wahrnehmung gibt. Und ein Bereich der Wahrnehmung ist die sogenannte Propriozeption. Und da geht es einmal in erster Linie um so tiefenwahrnehmende Prozesse. Und ein paar davon sind zum Beispiel so Dinge wie die Position des eigenen Körpers zum Raum. Und da kann es Verarbeitungsauffälligkeiten oder auch Störungen geben. Und dementsprechend ist es manchmal so, dass die Hände sich halt nicht so ganz logisch, wie das neurotypische Menschen jetzt erwarten würden, bewegen. Und das hängt aber damit zusammen, dass die Position der Hände und Arme vielleicht gar nicht so richtig wahrgenommen wird, wie das neurotypische Menschen tun würden. Und so kann es dann relativ schnell passieren, dass autistische Menschen falsch wahrgenommen werden, also falsch verstanden werden und dann mit so Persönlichkeitsprofilen belegt werden, die gar nicht zutreffend sind. Also grundsätzlich muss man einfach, wenn man mit autistischen Menschen zu tun hat, dafür eine gewisse Toleranz entwickeln und einfach davon ausgehen, dass wenn eine Person nicht zurück lächelt, dass das ein neurobiologischer Prozess ist und nicht der eigentliche Grund dahinter steht, dass die Person kein Interesse hat, zurückzulächeln. Oder dass diese Person einen gar nicht leiden oder ausstehen kann. Das wird natürlich schnell vermutet. Und auch die Gestik und die Art und Weise, wie sich Hände und Arme bewegen, die passt halt manchmal auch nicht so zusammen, wie sich das neurotypische Menschen standardmäßig vorstellen. Und auch hier gilt, ein bisschen Verständnis zu entwickeln und einfach zu akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich kommunizieren, auch nonverbal. Also kann ich nur ein weiteres Mal darauf hinweisen, versucht ein wenig Akzeptanz für solche Auffälligkeiten zu entwickeln und dann wird das soziale und vor allem auch kommunikative Miteinander durchaus leichter werden. Das kann ich euch nur empfehlen heute. So und das war es jetzt für heute und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram. Oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrum-Störung präsentiere. Und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.